ich habe den papst gefickt wollte schon immer mal einen wunderschönen guten morgen liebe zocknuden heute spielen wir elektronik superjoy ich alleine ohne partner aber wenn noch jemand dabei wäre das ein bisschen schwul denn das spiel ist so schon schwul und ich stöhne etwas rum weil das spiel auch rumstöhnen ich wünsche euch viel spaß beim rumgestöhne mit mir was nur vielleicht wenn es jetzt hallo wie vor allem vor allem ich bin zu schnell bauten sehen wir gleich jord guter jetzt haben wir natürlich jetzt einfach durch auch schöne bäume naja das ist mega langweilig mega leicht aber welt 1 habe ich ja habe ich auch schon gehen wir wollen hier durch raschen das war dumm ja ich gehe mal weg jetzt so nah ist das crawling level da freut sich jemand ist immer der regt was teleporter junge junge auf ficken gibt nicht viel zu erzählen mit dem spiel ist doch egal ich bin kleiner schwarzer mann der springt bei mir läuft 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 feiner sind schön das spiel war das spiel ist ein bisschen schwul ich bin zu ja 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 scheiße das wird glaube ich mein behindertes video was nur aus stöhnen besteht ich hab den sternen ich hab den stern also das ist sperma an der wand muss gleich kotzen aber geile mucke gibt euch wie der darin sagen würde gebt euch das ist was da waren noch fast zu dem spiel erbärmlichkeit ist schön so schön wie eine blume da bin ich im ziel hier es wird es ein bisschen ja nein jetzt was das das klebt das klebt das klebt da war jemand fleißig rakete rakete hallo bei don go down so ich weiß da kommen irgendwann tausend raketen da ist die wandern so ihr seid doch leicht dieses spiel ist so wunderschön voll die party mucke hier gay party was das ich hoffe ihr seid schon noch so richtig geil oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott 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 ist ein gott 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 got geblieben wenn er mich geburt die ist geschafft hat kam herr papst audi als ob ein paar zu reden in einem kopf pack der papst hat gesagt ich muss einfach nur schnell sein und nicht dann wenn ich sterbe bin ich tot scheiß mich an ich habe lange nicht herumgestellten wenn da einen verfickten fehler macht hat man einen gruben kraft das ist zum kotzen da könnte ich motzen und dann trotz spiel ein bisschen ist das aber auch geil und schwul so hier können wir sogar bis zeit uns lassen nice 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 okay aber das was anscheinend nicht über das spaceship jump in und ich habe ihn gleich habe ich ja wohl ich bin gestorben komm jetzt ich darf nicht mehr scheiße ich habe ihn ich habe ihn nice das ist mega scheiße war das mega scheiße nein oh man wie beschissen ist das bitte meistens da links oder was oder immer nein das ist glaube ich immer zufäll das war ein doppelter und noch ein kommen und jawohl jetzt habe ich glück jetzt habe ich glück jetzt habe ich echt glück komm komm jetzt habe ich echt glück das muss gehen ich habe voll glück gerade alter schon dauert leider ist noch so geht er trifft doch mal jetzt habe ich ihn jetzt habe ich nein 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 ich habe ihn ich habe ihn oder boom yes okay bastardo ja komm mal die fressen bam gefick ich habe den papst gefickt wollte schon immer mal machen ja das war mega geil wie die sagen hat aber viel spaß gemacht auch wenn das spiel ein bisschen anstrengend ist besonders fast danach kommt welt nummer zwei da habe ich gar keinen bock drauf gehabt deshalb habe ich jetzt hier nur die welt nummer eins gespielt und wenn euch das video gefallen hat schaut doch in unsere anderen videos rein unten links seht ihr das letzte zocknudel video von daniel da spielt er das torture game und unten rechts seht ihr den letzten part von unserem donkey gong together auf meinem kanal ansonsten sehen wir uns nächsten samstag macht's gut tschüss ich glaube jetzt denkt jeder am ende des videos dass ich ein richtiger spaß dann